Hallo meine Lieben, ihr schaut MoFanWR, ich bin MoTensen und wie schon im letzten Video angekündigt, kommt heute die Liste mit Spielen für die Pico 4. Zuerst verrate ich euch die 10 Spiele, von denen ich denke, dass sie gerade für Anfänger extrem cool zu machen sind, weil es Sachen sind, die im Roomskill passieren, die keine künstliche Bewegung haben und deswegen sehr verträglich sind. Und dann arbeiten wir uns langsam vor zu der Liste von Titeln, die schon eher was für Fortgeschrittene sind, aber die total wild sind und die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man mal in VR ist und sagen muss, das geht in der Realität nicht mehr, das kann ich nur in VR machen, sowas Abgefahrenes. Und auch komplexere Spiele, wo ihr wirklich teilweise bis zu 20 Stunden wahnsinnig schöne Erlebnisse habt, das kommt dann zum Ende. Viel Spaß dabei! Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, als allererstes habe ich euch da einen von meinem Liebling rausgesucht und zwar, ihr kennt das vielleicht schon vom Handy, die Frucht-Ninja. Frucht-Ninja ist auch in Feuer einfach total geil. Ihr steht einfach nur in der Mitte eines Dorfplatzes auf so einer Plattform, die ganze Grafik sieht sehr nett aus, das hat so ein bisschen Cartoon-Style und vor euch ploppen die Früchte aus dem Boden. Ihr müsst sie mit zwei Katanas durchschneiden. Das ist zum einen richtig cool, das ist sehr geil gemacht und ein Riesenspaß. Nicht zuletzt, die Pico hat ja auch so ein Fitness-System drin, ihr verbraucht tatsächlich damit Kalorien. Man kommt da ganz schön ins Schwitzen und das ernsthaft betreibt. Es hat verschiedene Spielmodi, mir gefällt am liebsten ein Modi, wo man später Fruchtkörbe rumfliegen und die schießen dann Früchte auf euch und ihr müsst die in der Luft wegschnetzeln. Großartiges Spiel, ich habe damit wirklich schon sehr, sehr viel Spaß in der Vergangenheit gehabt. Ist auch ein Klassiker, gab es schon für sämtliche Plattformen, kann ich sehr empfehlen, vor allen Dingen gerade, wie gesagt, wenn ihr Anfänger seid. Das nächste Spiel, was eigentlich noch geiler ist, ist Racket NX. Hier steht ihr in der Mitte eines sphärischen Curds und schießt einen digitalen Ball einfach an die Wand. So, und das ist aber noch nicht alles, sondern an der Wand wiederum rutscht dieser Ball oder schlittert dieser Ball über die Wände und verhält sich dann wie beim guten alten Aquanoid. Das ist eine Mischung zwischen Squash und Flipper und Aquanoid und das alles mit einer wahnsinnig treibenden elektronischen Musik. Das macht so viel Spaß. Ihr werdet euch in diesem Spiel wirklich wie ein Brummkreis um eure eigene Achse drehen. Aber das Gute ist, auch hier keine künstliche Bewegung. Ihr seid wirklich da. Um euch herum ist die VR-Welt total perfekt für Anfänger, technisch brillant und ein Riesenspaß. Man kann sogar auch im Koop oder gegeneinander spielen. Ein richtig krasser Klassiker ist aus Super Hot VR. Das muss man einfach gesehen haben. Das gab es auch jetzt für jede Plattform, auch für die Pico 4. Und dieses Spiel ist auch was ganz Besonderes. Denn immer wenn ihr euch bewegt, bewegt sich die Welt auch um euch herum. Ihr steuert also durch eure Bewegung gleichzeitig die Zeit in der Welt. Als Spieler erscheint ihr einfach in einem sehr schlichten weißen Raum. Und meistens kommen aus irgendwelchen Ecken Schurken auf euch zu und wollen euch irgendwas antun. Die sind einfach aus so einer sehr coolen Low-Poly roten Glas-Optik. Sieht auch sehr cool aus alles. Aber die solltet ihr euch natürlich vom Leib halten. Ihr müsst also ganz genau überlegen, was mache ich jetzt für einen Move. Denn wenn ihr euch bewegt, dann kommen sie näher auf euch zu. Und das wird bei Schusswaffen etc. noch potenziert. Ihr schnappt euch also irgendeinen Gegenstand. Die Gegenstände, die ihr als Waffe benutzen könnt, sind meistens schwarz. Und versucht euch, eure Haut zu erwehren. Das ist so fantastisch. Ihr werdet euch fühlen wie ein Superheld. Fantastisch. Muss man gesehen haben. Wenn ihr es ein bisschen ruhiger wollt, gibt es ein großartiges Spiel. Das ist sogar ein Spiel des Jahres 21 geworden. Demio. Hier könnt ihr wie in den 80ern, als wir alle noch gute Laune hatten. Und als Kind sorgenlos im Keller gesessen haben. Tabletop-Rollenspiele spielen. Und zwar richtig fantastisch. Demio. Absolut zu empfehlen. Mit drei Freunden. Also vier Leuten könnt ihr auch im Koop spielen. Oder alleine. Oder halt mit Fremden. Es ist einfach Tabletop-Action. Das macht richtig Spaß. Ist auch richtig anspruchsvoll. Da könnt ihr richtig viel Zeit versenken. Ein absoluter Tipp. Ein ganz berühmtes Thema bei VR sind natürlich die Rhythmusspiele. Hier habe ich eins, was mich damals sehr überrascht hat. Nämlich O-Shape. Ich fand das eigentlich sehr albern, als ich gehört habe, was man machen muss. Aber es ist so lustig. Ihr müsst euch nämlich in einer bestimmten Körperhaltung hinstellen. Damit ihr durch entsprechende Masken passt, die auf euch zufahren. Und zwischendurch müsst ihr manchmal auch noch Dinge wegboxen etc. Und das alles im Takt zur Musik. Es ist ein Heidenspaß. Sieht alles sehr cool aus. Die Musik ist gut. Ich kann es sehr empfehlen. Superbeliebt ist auch Ragnarok. Da seid ihr Wikinger und trommelt. Ihr steht tatsächlich als Trommler auf einem Wikinger-Schiff. Auch wieder wie in den bekannten Rhythmusspielen trommelt ihr zum Takt der Musik auf die Trommeln. Und gleichzeitig treibt ihr dadurch euer Boot an. Und hier ist die Musikrichtung so Deutsch. Rock. Pop. Ich kenne das aus meinem eigenen Musikerlebnis nicht so. Es gibt irre viele Leute, die darauf schwören. Also empfehle ich euch das, auch wenn es nicht so meins ist. Dann gibt es ein sehr schönes Ding, was auch sehr ruhig ist. Und auch für Anfänger, die zum ersten Mal in VR was machen, eine superschöne Beschäftigung. Passing Places. Ja. Da sagt ihr jetzt, ja wie Puzzle, das kann ich auch ohne. Aber nicht 3D. Denn Passing Places, da puzzelt ihr wirklich dreidimensionale Objekte zusammen. Und das hat eine total befriedigende Mechanik. Wenn die Objekte dann an den richtigen Stellen sind, dann macht ihr so klick. Und es geht so ein grafischer und Soundeffekt. Superschönes Ding. Ist tatsächlich auch von einem deutschen Entwickler. Kann ich sehr empfehlen. Sehr entspannt. Und was nicht fehlen darf in der Liste, Walkabout Minigolf. Hier könnt ihr tatsächlich mit einer großen Gruppe von Leuten einfach mal entspannt Minigolf spielen. Auch hier könnt ihr euch vorsichtig durch die Landschaft bewegen, indem ihr euch einfach teleportiert. Das ist noch recht anspruchslos. Macht das einfach so, dann habt ihr keine Probleme am Anfang und könnt in aller Ruhe mit den Kontrollern, ja. Und das ist der Unterschied zu dem Bildschirmspielen. Die Kontrollern, ihr habt die selber in der Hand, ihr macht was damit. Das ist das Tolle in Feuer. Spielt es so. Und dann habe ich noch zwei Tipps, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe schon ein paar Stunden gespielt, ich bin jetzt ein bisschen bewanderter im ganzen Feuer. Jetzt erzähle ich euch nämlich zwei meiner Lieblingsspiele, die es auch für die Pico gibt. Nämlich ganz zuerst Red Matter. Das ist ein fantastisches Science-Fiction-Weltraum-Abenteuer mit bombastischer Grafik. Das ist eins der wenigen Mobile Games, also Standalone Games, was grafisch wirklich an PC-Qualität herankommt. Das muss man eigentlich gespielt haben. Das Schöne ist, Red Matter hat auch schon einen zweiten Teil bekommen. Der hat es noch nicht auf die Pico geschafft, aber ich gehe mal davon aus, dass er selbstverständlich auch noch kommt. Holt euch Red Matter und erlebt dieses fantastische und auch ein bisschen mysteriöse Science-Fiction-Abenteuer. Es ist einfach nur großartig. Auch hier kann man nämlich zwischen verschiedenen Locomotion-Arten auswählen. Hier könnt ihr frei durch die Gegend laufen, macht das erstmal nicht, teleportiert euch. Das entspricht auch ein bisschen so der halbschwerelosen Situation da auf dem Jupiter-Mond oder so ist das. Das passt ganz gut. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Liebling. Witzigerweise, mein liebstes Spiel überhaupt, naja, okay, ich habe ungefähr 20 liebste Spiele überhaupt, ist In That Unchained. Das ist ein Spiel, das habe ich auch schon auf dem PC, auf der Playstation, auf der Meta-Quest und jetzt auf der Pico gespielt. Und ja, wenn ihr mal an die Highscores guckt, ich bin da momentan auf, ich glaube jetzt ist es nur noch Platz 2, aber ich kriege den ersten bald wieder. Denn ich suchte das wirklich hart, ich liebe dieses Ding. Das Schöne ist bei In That Unchained, es hat auch alle möglichen Bewegungsformen. Ihr könnt euch mit den Thumbsticks künstlich durch die Gegend bewegen, das müsst ihr aber nicht. Ihr könnt ein Dash machen, indem ihr so eine sogenannte Scherbe nach rechts und links werft. Dann bewegt ihr euch sehr schnell auf eurem Platz, aber die meiste Zeit bewegt man sich, indem man ein Teleport-Pfeil verschießt und dort erscheint, wo der Pfeil landet. Das ist tatsächlich auch eine Bewegungsart, die sehr komfortabel ist erstmal, weil man sich nicht mit seinem Körper künstlich bewegen muss. Das Spiel selber ist ein Rook-like, macht einen irren Spaß. Ihr seid in einer ganz verrückten, gotischen Welt und müsst da euch mit Feierbogen eurer Haut erwehren. Später kann man dann auch noch eine Armbrust freischalten, dann fühlt es sich fast noch viel mehr an wie ein First-Person-Shooter. Aber ich liebe das Feierbogen-Prinzip da drin und es ist irrsinnig. Dadurch, dass es ein Rook-like ist, hat es auch nie ein Ende. Ihr spielt eigentlich immer, um besser zu werden. Ihr schaltet jedes Mal, bei jedem Run, den ihr macht, schaltet ihr mehr Dinge frei in der Welt und es wird immer herausfordernder. Ihr werdet aber auch immer besser. Rook-like bedeutet, wenn ihr sterbt, wenn eure Punkte weg sind, dann seid ihr wirklich tot, das Spiel von vorne an. Hm, bitter, aber ist so. Aber ich kann es wahnsinnig empfehlen. Ich liebe das Ding. So, das sind meine allerersten Tipps für euch. Das sind bestimmt noch immer nicht alle, die man haben kann. Aber ich versuche natürlich, das Video jetzt nicht unendlich lang zu machen und wollte euch auf jeden Fall schon mal 10 Spiele mit an die Hand geben, die man benutzen kann. Ein besonderer Tipp ist auch noch für Leute, die sagen, ja, hier spiele dies, das. Was ist denn los? In VR geht doch vielleicht noch mehr. Ja, geht das auch. Es gibt Multi-Brush. Multi-Brush ist entstanden aus dem bekannten Tilt-Brush und hat dieselben Funktionalitäten. Nur, dass es auch jetzt mit mehreren Leuten gleichzeitig benutzt werden kann. Ihr steht in einer VR-Umgebung, in einem leeren Raum und könnt den mit verschiedenen Malwerkzeugen einfach füllen. Ihr malt in 3D um euch herum und könnt eine ganze Welt um euch herum erschaffen. Das ist ziemlich fantastisch. Wir machen das seit über zwei Jahren auch in einer kleinen Gemeinschaft, die nennt sich VR-Kreative, wo wir gemeinsam Bilder malen zu bestimmten Themen, die wir uns aussuchen, einfach nur, um ein bisschen kreativ zu sein. Es macht einen Riesenspaß, gerade in VR ist das etwas sehr Besonderes, um sich herum Dinge zu gestalten. Kann ich auch sehr empfehlen. Multi-Brush. Ich denke, da werden in Zukunft auch noch viel mehr Tools kommen, die auch kreativ sind. Zum Musikmachen gibt es auch schon welche und so weiter. Aber den widmen wir uns dann in einem der nächsten Videos. Freunde, das war für die VR-Babys, die sich noch in ersten vorsichtigen Schritten der Thematik annähern sollten. Ja, also ernst gemeinter Tipp. Das ist wirklich wichtig. Übertreibt es nicht. Ihr könnt euch wirklich den Spaß an VR verderben, wenn euch da mal so richtig schlecht wird. Jetzt kommen wir mal zu den Spielen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, aber auch absolute Granaten. Ich fange mal an mit einem Thema, das ich sehr gerne mag. Multiplayer-Shooter. Da ist Contractor VR tatsächlich das Ding schlechthin. Ihr könnt dort in verschiedensten Spielmodi 5 gegen 5 ballern, was das Zeug hat. Das ist ein moderner Shooter. Macht richtig Spaß. Klassisches Call-of-Duty-Zeug. Und auf der Quersion auf dem PC hat das auch schon Mods. Das gibt es leider auf der Pico noch nicht. Aber sobald das kommt, ist das ein absoluter No-Brainer. Dann könnt ihr tatsächlich alte Call-of-Duty-Karten und sowas spielen. Unfassbar. Ich werde euch aber noch Bescheid sagen, wann das soweit ist. Bis dahin ist es einfach nur ein cooles Spiel. Dann wird es unendlich geil. Genauso geil ist Hyperdash. Allerdings für die Fraktionen, die eher Arena-Shooter mögen. Im klassischen Quake-Arena- und Unreal-Style. Da ist Hyperdash die absolute Granate. Aber dieses Spiel ist wirklich schnell und hektisch und großartig. Ein kleiner Tipp. Da sind natürlich auch die totalen Cracks unterwegs. Die machen euch einfach platt. Das macht keinen Spaß. Kommt in unsere Discords, verabredet euch mit einer Gruppe Nerds wie wir, die nicht jeden Tag rumballern. Und dann hat man auch eine Menge Spaß. Das ist ein ganz guter Tipp bei der Geschichte. Wenn ihr nicht Multiplayer, aber Koop shooten wollt, habe ich auch zwei sehr gute Tipps. Nämlich immer noch das gute alte Arizona Sunshine. Absoluter Klassiker. Gibt es auf allen VR-Headsets seit 2017. Und es ist brillant. Vor allen Dingen ist es sogar legendär, denn die deutsche Synchronisation dieses Spiels ist so schlecht, dass es schon wieder cool ist. Aber das kann man auch auf Englisch umstellen. Und dann könnt ihr jede Menge Spaß haben. Die Spielmechanik ist nämlich cool. Das Spiel dauert ungefähr 5-6 Stunden. Ihr schießt euch durch Arizona von Punkt A nach B, um dann irgendwann gerettet zu werden. Das Ganze kann man im Koop spielen. Und es hat auch noch einen Horde-Modus. Ihr könnt mit drei Kumpels zusammen, also zu viert, auch noch Horde spielen. Da kommen ständig Wellen von Zombies auf euch zu. Ist ein fantastisches Spiel. Der direkte Nachfolger von Vertigo Games ist After the Fall. Da haben sie das Thema so ein bisschen geändert. Sie haben sich so eine alternative 80er Jahre Zukunft ausgedacht, in der eine Eiszeit herrscht. Also sind die Zombies Eis-Zombies. Das Thema ist aber dasselbe. Hier gibt es aber keinen so klassischen Singleplayer mehr, sondern das ist ein reiner Koop-Shooter. Auch hier könnt ihr mit vier Leuten losgehen, ballern, was das Zeug hält, looten, was das Zeug hält. Auch hier gibt es verschiedene Modi, wo ihr dann eher so Horde-Mechaniken habt. Und außerdem gibt es noch ein PvP. Also auch hier ein Multiplayer-Gegeneinander-Spiel, der es auch eine Riesenmenge Spaß macht. Das Ding ist großartig und hat Cross-Play. Auf sämtlichen VR-Plattformen, ob das PC, Playstation VR ist oder die Quest oder jetzt die Pico, könnt ihr zusammen mit euren Freunden spielen. Das ist immer am großartigsten. Ein Spiel, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Jupiter Great. Das habe ich jetzt noch nach hinten geschoben, denn das hat eine interessante Game-Mechanik. Da habt ihr so Pömpel in der Hand und fump, fump, bewegt euch wie Spider-Man durch eine Raumstation. Ja, klingt komisch, ist aber so. Das hat auch eine sehr lustige, fast illustrative Grafik. Aber da ist auch das Gefühl, wenn man irgendwann in größeren Hallen mit diesen Pömpeln rumschwingt, einfach großartig. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, das geht schon ein bisschen auf dem Magen für Anfänger ist das nichts. Für uns Fortgeschrittene kann man da richtig viel Spaß haben. Und ganz am Ende geht es dann um eins meiner absoluten Lieblingsspiele, The Walking Dead Saints and Sinners. Auch die Pico bekommt The Walking Dead Saints and Sinners 1 und 2. Beides sind großartige Spiele. Da geht es nämlich um Zombies mal wieder. Wie der Name verrät, ist das im The Walking Dead-Universum. Aber nicht bezogen auf die Fernsehserie, sondern auf die Comics. Das ist aber gar nicht so relevant, denn die Spielmechanik ist hier tatsächlich Chef. Ihr bekommt eine sehr schöne Story erzählt. Das ganze Spiel, also Walking Dead Saints and Sinners 1, darüber kann ich nur berichten. Der zweite Teil ist noch nicht draußen. Das ist im Kern auch ein Crafting-Game. Ihr müsst, während ihr Missionen macht, und die Missionen sind eigentlich das Geile, denn ihr werdet immer irgendwo hingeschickt. Und dann habt ihr eine kleine Open-World, eine Sandbox-Welt. Wie ihr eure Missionen erledigt, könnt ihr komplett alleine bestimmen. Ob ihr da Brute Force durchgeht oder schleicht oder euch mit jemandem zusammenschließt und den dann wieder verrät, etc. Wie euer Ziel erreicht ist, euch überlassen. Das macht so viel Spaß. Die Game-Mechanik selber, wie ihr kämpft und so was und schießt und so, ist auch super großartig. Es ist ein fantastischer Titel. Ich würde sagen, das ist ein richtig großes Spiel, wie man es sonst nur vom PC kennt. Und Gott sei Dank haben wir das jetzt auch auf so einer autarken Plattform. Walking Dead Saints and Sinners ist in diesem Moment, wo ich das Video mache, noch nicht draußen, wird aber irgendwann die nächsten Tage kommen. Und dann kommt Ende des Jahres oder Anfang 23 auch noch der zweite Teil. Also das ist eine richtig fantastische Serie. Die möchte ich jedem ans Herz legen. Es gibt noch viele, viele andere Titel, die auch empfehlenswert sind. Aber ich habe mich jetzt einfach mal auf 20 beschränkt. Macht ja irgendwo auch Sinn. Ich denke mal, für jeden von euch sollte was dabei sein. Es kann sein, genau. Ich habe jetzt Horrortitel ausgelassen, weil das überhaupt nicht mein Thema ist. Das kann ich einfach nicht empfehlen, weil ich die selber nicht spiele, weil ich Angst habe. Ja, so ist das. Ich habe Resident Evil 7 damals durchgespielt und mir danach gesagt, never ever, nie wieder. Ich habe so Angst gehabt, geht gar nicht. Gerade im VR, wo die Immersion so doll ist, uff, da muss man dann bitte zu den Kollegen gehen, die sowas gerne spielen. Die haben Empfehlungen für euch, welche Spiele da am besten sind. Da gibt es auf jeden Fall auch viele im VR. Heikle, heikle Sache für Gänsehaut. Alright, ich hoffe jetzt trotzdem, dass euch meine kleine Liste geholfen hat, euch als Pico 4 VR-Begeisterter da auch eine ganze Weile unterhalten zu können. Bis dann zum Muttenzen, ich bin raus. Ich freue mich über einen Daumen unter dem Video. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr keine dieser Informationen mehr. Tschüssinger. Muttenzen. Mo von VR. Immer für euch da. Bye-bye. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tänzen. Mo von VR. Tänzen. Mo von VR. Mo von VR. Vielen Dank.